Die Österreich-Recherche zeigt, Corona-Tests lassen sich in weniger als einer Minute glaubwürdig fälschen. Kapron im Tiroler Pinsgau ist derzeit mit einem Corona-Cluster großen Ausmaßes konfrontiert. In der Baum-Bar haben sich nach derzeitigem Stand 60 Menschen infiziert. Und das trotz 3G-Regel. Also wurde entweder nicht kontrolliert oder, was Gastro-Insider viel eher vermuten, dass der Cluster von einer infizierten Person ausgeht, die sich mit einem gefälschten Test Zugang zum Lokal verschafft hat. Laut Gastro-Obmann Mario Pulker würde es eine Menge Jugendlicher mit gefälschten Tests geben. Hinter vorgehaltener Hand wird im Bereich der Nachtgastronomie davon gesprochen, dass jeder dritte Test gefälscht sei. Wir haben zwischen 10 und 45 Prozent Umsatzminus quer durch ganz Österreich in allen Betriebsarten. Sondern ich bin der Meinung, dass man eine generelle Impfpflicht einführen sollte, aber gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit beibehalten sollte, dass PCR-Tests möglich sind. Aber so wie wir es jetzt haben, auf die Eigenverantwortung zu setzen, da sieht man ja, da scheitert man kläglich daran. Und wenn man sich anschaut, wie viele Apps es mittlerweile gibt, wo man diese Selbsttests und 24-Stunden-Tests ja bestmöglich fälschen kann, da haben wir unsere ganzen Kontrollen, bringen uns nichts in der Nachtgastronomie, weil wir eine Menge an Jugendlichen haben, die nachher einfach ein gefälschtes Test der Test vorzeigen. Und damit nachher vielleicht Spreader sind, und man hat es jetzt gesehen in den Diskotheken leider auch, und diese dann, die so rücksichtslos vorgehen, hier die anderen Gäste anstecken. An ein gefaktes Testergebnis zu kommen, ist für jeden digital halbwegs Bewanderten kein Problem. Wie die Österreich-Recherche zeigt. Via Instagram lässt sich das Datum eines Testnachweises binnen 58 Sekunden höchst glaubwürdig fälschen. Bei nachlässig durchgeführten Kontrollen in der von akutem Mitarbeitermangel geplagten Gastronomie würden die manipulierten Tests niemandem auffallen, so Mario Pulker, der sich dagegen verwehrt, Gastronomen einen Vorwurf zu machen. Die haben jetzt 15 Monate geschlossen gehabt, und da muss man halt einfach sagen, das funktioniert nicht, wir sehen, das geht so nicht, da muss man halt andere Möglichkeiten heranziehen, aber man kann jetzt nicht einem Teil einer Branche hier solche Schwierigkeiten bereiten. Wir haben keine Testmöglichkeiten in den Bundesländern, außer in Wien und in Linz. Das muss jetzt alles ausgerollt werden, das braucht seine Zeit. Jetzt haben sich Gott sei Dank die Apotheken dazu bereit erklärt, hier diese PCR-Tests auch zu machen. Das wird uns ein bisschen helfen, aber in der Breite der Mitgliedsbetriebe und in der Breite der anderen Bundesländern wird das nicht funktionieren und die Nachgastronomie ist hier wiederum einmal massivst betroffen in dieser Vorgehensweise. Also Sie sagen, wenn eine Branche leiden muss, dann aber bitte schön alle? Nein, ich glaube, das waren wir, dämlich, jetzt haben wir über 50 Prozent der Bevölkerung der Impfbaren, ist geimpft. Und ich glaube, wenn man das vorantreibt, natürlich auch mit Anreizen, dass sich noch mehr impfen lassen, dass es ein bisschen schneller geht, wenn man jetzt momentan das Thema, dass der Impfvieler eher zurückgeht und die Leute sagen, da lasse ich mich lieber testen, impfen tue ich mich noch nicht oder impfen tue ich mich erst im Herbst, dann schauen wir, wann die nächste Welle kommt. Den Jugendlichen sei allerdings auch gesagt, dass abgesehen von der virologischen Gefahr das Fälschen eines Tests strafbar ist. Es handelt sich um Urkundenfälschung, die laut Polizei mit bis zu einem Jahr Haft oder bis zu 720 Tagessätzen geahndet wird.